und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten morgen und begrüße euch aus dem bmw iX xDrive50 und zu meinem ersten von hoffentlich drei videos aus diesem wunderschönen bmw beziehungsweise elektrofahrzeug wobei es in diesem ersten video nicht um das fahrzeug an und für sich geht sondern vielmehr um das multimedia und auch navigationssystem oder wie bmw es in der neuesten generation auch nennt iDrive8 im zweiten video werde ich dann noch mal speziell auf das assisted driving eingehen also wie autonom kann ich überhaupt mit diesem fahrzeug mit dem ix bereits fahren wie funktioniert lane assist tempomat abstandsregelung blind spot warner wie funktioniert das mit den geschwindigkeitsüberschreitungen und auch mit der verkehrszeichenerkennung und vor allem auch mit der parklückensuche beziehungsweise dem parkassistenten und im dritten video wird es dann meinen finalen testbericht mein erfahrungsbericht geben geben mit reichweiten check alltagstauglichkeit wie gut sitze ich hier wie weit komme ich mit dem fahrzeug und wie kann das fahrzeug an der heimischen wallbox beziehungsweise natürlich auch an schnell ladesäulen denn hier sind 200 kw möglich geladen werden da das video sehr wahrscheinlich wieder sehr lang werden wird habe ich das video in verschiedene kapitel unterteilt das heißt ihr habt die möglichkeit über die timeline unterhalb des videos entweder zu den entsprechenden kapitel zu springen beziehungsweise über über die video beschreibung auch die kapitel aufzurufen das sollte kein problem sein von daher würde ich sagen starten wir direkt mit dem ersten punkt und der erste punkt betrifft natürlich wenn ich über multimedia und navigation spreche erstmal die displays wir haben in der front oder ja im vorderen fahrzeugbereich im kunde genommen ein glas panel das sieht erstmal so aus als wenn es ein display wäre es sind im grunde genommen aber zwei displays ein instrumenten display mit 12,3 zoll und ein multimedia display also ein zentral display mit 14,9 zoll das ganze ist etwas gecurved etwas zum fahrer orientiert erinnert so etwas an die älteren bmw modelle wobei es aber auch überhaupt kein problem darstellt dass der beifahrer das display bedient beziehungsweise die bedienung auch über die mittelkonsole wahrnimmt denn das wird ein punkt sein den ich gleich ansprechen möchte wie kann ich überhaupt dieses system bedienen beziehungsweise welche bedien möglichkeiten gibt es wie gesagt 12,3 zoll das instrumenten display was auf den fahrer ausgerichtet ist 14,9 zoll was wirklich sehr groß ist und das werde ich euch nachher in einem klangtest zeigen auch eine extrem gute darstellung besitzt bevor ich mit euch aber durch die einzelnen menüs gehe um euch zu zeigen was damit alles möglich ist möchte ich natürlich erst mal auf die bedienmöglichkeiten eingehen es gibt im grunde genommen vier schrägstrich fünf bedienmöglichkeiten die erste bedienmöglichkeit dieses multimedia displays wäre natürlich erst mal per touch das heißt ich kann entsprechende menüpunkte die ich eben hier angezeigt bekommen eben per touch auswählen das heißt ich kann aber nicht nur touchen sondern auch swipen nach links und nach rechts und wie ihr auch sehen könnt ist die bediengeschwindigkeit sehr schnell sehr zackig sehr responsive und meiner meinung nach auch im premium bereich einer der schnellsten die es überhaupt gibt das habe ich auch schon bereits 2020 gesagt als ich den 3er hatte dass das multimedia system wirklich extrem ausgereift ist es ist sehr umfassend aber nichtsdestotrotz wenn man sich erst mal so bisschen reingefuchst hat ist es wirklich sehr ausgereift und auch sehr einfach bedienbar erste möglichkeit wie gesagt touch zweite möglichkeit wäre die sprachbedienung bzw spracherkennung die ich euch nachher noch zeigen möchte dritte möglichkeit gestensteuerung die zeige ich euch auch noch nachher kennt man aber auch bereits aus vergangenen bmw generation funktioniert einwandfrei vierte möglichkeit lenkradfernbedienung wobei es hier gar nicht so viele bedienmöglichkeiten gibt lautstärke regulieren ich kann die verschiedenen medieninhalte abrufen ich habe die möglichkeit telefonanrufe entgegenzunehmen bzw ins telefonmenü zu gehen und ich habe auch die möglichkeit den sprachassistenten über eine taste auszuwählen und auch lieder vor beziehungsweise zurück zu skippen und eine meiner lieblings bedienmöglichkeiten ist tatsächlich die bedienung über die mittelkonsole zum einen hier über die tasten aber auch auf der anderen seite auch über den iDrive controller touch bedienung hatten wir gesten und sprachbedienung werde ich nachher sagen lenkradfernbedienung habe ich euch gezeigt oder die lenkrad bedienung habe ich euch gezeigt aber was ist hier eigentlich mit der mittelkonsole möglich ihr seht jetzt erstmal verschiedene sachen in diesem holzinlay aufgedruckt und alles was sich im holzinlay befindet hat im grunde genommen auch mit fahrzeugeinstellungen zu tun beziehungsweise mit der multimedia steuerung ihr könnt vor oder zurück skippen ihr habt die möglichkeit über dieses kleine drehrad das so ja einen diamanten effekt hat die lautstärke zu erhöhen beziehungsweise zu verringern ihr könnt über diesen iDrive controller natürlich erstmal drehen und dann seht ihr auch im vorderen bereich dass ich da irgendetwas tut auf dem display ihr könnt aber auch nach oben gehen ihr könnt nach unten gehen ihr könnt nach links gehen ihr könnt nach rechts gehen und was ich auch sehr cool finde und was ich nicht erwartet hätte ihr könnt sogar über diesen iDrive controller zeichnen der hier auch in einer art kristalloptik dargestellt wurde zurücktaste navigationstaste telefon media und auch home taste das sind im grunde genommen die tasten bis auf apple carplay die auch hier links in dieser menüleiste angezeigt werden finde ich sehr schön dass man das wieder aufgegriffen hat einziger nachteil diese tasten sind entgegen der anderen bmw modelle beziehungsweise vorheriger generation nicht mehr so gut tatschbar das heißt man fühlt zwar auch haptisch dass da irgendwas ist allerdings hat man nicht mehr diese einzelnen tasten und einzelnen abgrenzung so dass man sagen könnte okay da ist media dort ist navigation und dort ist die zurücktaste da muss man tatsächlich eher mal hinschauen an anstatt das intuitiv regeln zu können gehen wir damit aber auch schon auf die menüführung beziehungsweise auf die navigation auf dem display ein ihr könnt ganz links sehen und dazu bewege ich mal den iDrive controller nach ganz links dass ich dort verschiedene punkte habe zum einen menü media behandelt natürlich alles was mit medien zu tun hat ob das angeschlossene usb sticks sind ob das apple carplay oder android auto ist ob das ja radio ist aber ich kann das natürlich auch sehen wenn ich das aufrufe und ich gehe auf die audioquelle was einem dort angezeigt wird spotify radio apple carplay momentan weil ich mit einem iphone verbunden bin und auch news beziehungsweise habe die möglichkeit darüber auch mobile geräte zu managen und auch hier einstellung an media beziehungsweise radio funktionen vorzunehmen das wäre über den punkt media möglich telefon natürlich alles was mit telefonie zu tun hat möchtet ihr tatsächlich telefonieren in diesem fahrzeug was wirklich sehr gut funktioniert aufgrund der mikrofone und auch der lautsprecher könnt ihr das darüber nach navigation werde ich euch zum späteren zeitpunkt zeigen und auch apple carplay solltet ihr nicht mit apple carplay oder android auto verbunden sein wäre dieser punkt hier unten nicht vorhanden das heißt dieser punkt erscheint immer nur dann wenn tatsächlich auch aktiv ein gerät verbunden ist wie es in meinem fall auch aktuell der fall ist gehe ich einen punkt nach rechts oder eine ja eine spalte nach rechts bin ich hier in meiner widget ansicht ihr könnt sehen ich habe hier eine navigationskarte persönliche assistent werde abwerk das wäre der bordcomputer telefon verbunden iphone von christian eine routenvorschau verkehrslage wetterradio und ich könnte noch ein widget hinzufügen nämlich das aktuelle widget über tag uhrzeit und auch datum und ihr könnt natürlich auch diese widgets bearbeiten das stellt natürlich kein problem da hier oben habt ihr noch einen kleinen pfeil gesehen und das ist oder erinnert so ein bisschen an smartphones das ist so eine schnell zugriffsleiste das sind zugriffspunkte die ich in der letzten zeit genutzt habe beziehungsweise die auch fest immer dort angezeigt werden ich habe den punkt fahreinstellung jetzt systemeinstellung drive recorder hatte ich vor meinem video mal aufgerufen beziehungsweise my modes das heißt dort werden euch die punkte gelistet die ihr in den letzten stunden beziehungsweise minuten aufgerufen habt und könnt dort drüber über diese shortcuts wirklich sehr schnell durch verschiedene menüführung gehen um eben forster um eben einstellung etc vornehmen zu können den nächsten großen bereich den ihr auf dem display sehen könnt betrifft die klimabedienung und zwar im unteren bereich die klimabedienung funktioniert in 99,95 prozent der fälle tatsächlich nur noch über das display das heißt ich habe nicht die möglichkeit über irgendwelche stellrädchen temperaturen einzustellen oder die sitzheizung zu aktivieren das funktioniert hier im ixx drive nicht mehr was lediglich funktioniert über physische tasten wäre maximale frontscheiben enteisung beziehungsweise maximale heckscheiben enteisung das funktioniert alles weitere was mit klima zu tun hat nur noch über das display das heißt ihr könnt zwar jetzt momentan direkt auch die temperatur ändern über diesen einfachen touch swipen geht nicht und ihr seht auch sehr schön dass die aktuelle temperatur die ich hier eingestellt habe von 19,5 grad noch nicht erreicht ist weil eben diese animation immer noch das fahrzeug aufheizt um eben auf diese 19,5 grad zu kommen auf der rechten seite die klimaeinheit ist momentan deaktiviert einfach aufgrund des geräuschverhaltens was ich was das video etwas stören würde ihr seht rechts deaktiviert links aktiviert aber was kann ich noch mit der klimaanlage machen dazu geht ihr ganz einfach in das menü das sieht jetzt erstmal sehr unübersichtlich aus ist aber auch hier wieder sehr einfach zu handeln linke seite fahrer rechte seite beifahrer und wo ihr bei euch befindet seht ihr auch an diesen kleinen indikatoren im unteren bereich lenkradheizung kann ich in vier stufen regeln ich habe die möglichkeit sogar die armlehnen hier in der mittelkonsole beziehungsweise in der tür zu beheizen auch sehr angenehm wenn man hier fährt vor allem weil die auch eine breite auflagefläche haben sitzheizung in vier stufen sitzbelüftung in vier stufen gebläseautomatik in drei vier fünf stufen und ich habe noch eine dynamische belüftung das heißt der luftstrom wird automatisch vom fahrzeug geregelt genau das gleiche natürlich auch auf der rechten seite außer dass dort die lenkradfernbedienung fehlt was ich dann wiederum sehr schön finde wenn ich die sitzheizung einfach mal einschalte und gehe wieder auf meine startseite könnt ihr sehen dass die sitzheizung hier unten auch angezeigt wird das heißt ihr müsstet nicht mehr über das klimamenü in das system gehen oder beziehungsweise auf die oberfläche gehen um die sitzheizung zu deaktivieren sondern können das ganz einfach über zwei touch bewegung eben dort machen einstellungen gibt es natürlich auch noch temperaturanpassung für den fußraum beifahrer und auch fahrer das heißt dort können wir sagen okay ich möchte im fußraum eine etwas wärmere temperatur haben als zum beispiel aus den oberen lüftungsdüsen ist auch so etwas was im grunde genommen kein fahrzeug hat aber bmw hier mit verbaut finde ich super gut wenn es euch unten irgendwie zu kalt ist oben aber zu warm könnt ihr es oben etwas kälter machen unten etwas wärmer wenn man kalte füße hat wenn man aus dem schnee kommt oder aus ja generell einem kalten klima ist das wirklich sehr sehr gut von sehr sehr gut von vorteil finde ich wirklich eine sehr schöne funktion ansonsten wie gesagt am anfang etwas unübersichtlich aber im grunde genommen sehr sehr einfach zu bedienen von daher gibt es da meiner meinung nach auch überhaupt nichts zu meckern das sieht gut aus das funktioniert einwandfrei und von daher würde ich sagen gehen wir zum nächsten punkt über bei den nächsten punkten geht es tatsächlich schon ans eingemachte denn dort oder das was ich euch zeigen möchte ist sehr sehr umfassend und ich versuche mich einfach so kurz wie möglich zu halten aber wie ich eben schon gesagt habe das video wird sehr wahrscheinlich sehr lange gehen weil bmw extrem umfassende funktionen anbietet dazu geht ihr auf den punkt menü wenn ihr im menü seid seht ihr auf der linken seite eine neue navigationsleiste nämlich mit alle apps beziehungsweise fahrzeug apps wenn ich mich in alle apps bewege werden dort tatsächlich alle apps gelistet die sich auch bei fahrzeug apps befinden plus andere drittanbieter apps wie zum beispiel von apple carplay oder android auto dort seht ihr zum beispiel park now ihr seht aber auch karten den apple carplay telefon in carplay spotify whatsapp a better route planner amazon music audible das sind alles apps die drittanbieter apps sind die ich aber theoretisch direkt darüber auswählen könnte wenn ihr zum beispiel android auto und apple carplay nicht verwendet werden diese apps dort auch nicht angezeigt das heißt diese apps werden tatsächlich immer nur dann angezeigt wenn auch ein gerät verbunden ist geht ihr dann allerdings links auf den punkt fahrzeug apps findet ihr tatsächlich nur die fahrzeug spezifischen apps und genau die möchte ich mit euch mal im schnell galopp durchgehen bmw id ist eigentlich relativ selbst erklären dort hinterlegt die euren bmw account der mit diesem fahrzeug verknüpft wird um zum beispiel klimatisierung zu regeln um das fahrzeug zu fair oder auch zu entriegeln ihr habt auch die möglichkeit diesen bmw key diesen wireless key zu nutzen mit dem handy das ist hier kein problem mobile geräte werden natürlich all die mobilen geräte wie smartphones gemanagt die mit dem auto verbunden sind persönlicher assistent das ist die spracheingabe und das ist genau das was ich euch eben auch schon gesagt habe ich starte mal kurz das fahrzeug weil ich auch schon festgestellt habe dass das teilweise dann besser funktioniert ihr habt also die möglichkeit nicht nur die bedienung des displays über gesten über touch über lenkrad oder auch mittelkonsole zu vollziehen sondern auch über spracheingabe und da gibt es natürlich auch verschiedene kommandos die man ausführen kann und wenn ich zum beispiel sage hallo hans wie wird morgen das wetter morgen wird es in kirchheim regnerisch sein mit temperaturen zwischen zwei und neun grad hallo hans mir ist zu kalt vielleicht habt ihr es gesehen von 19,5 auf 20,5 gestiegen die animation geht jetzt etwas schneller vonstatten weil es ja aufheizen möchte das fahrzeug wirklich sehr schön funktioniert funktioniert das und ihr habt auch gesehen dass ich nicht den typischen ausruf hallo fahrzeug hersteller in diesem fall bmw nehme soll sondern einen anderen den ich noch einstellen kann werde ich euch gleich noch zeigen das ist nämlich in den systemeinstellungen möglich also das wäre über diesen persönlichen assistenten möglich eben ja verschiedene ausrufe zu machen um lautstärken zu erhöhen um ein lied vor oder zurück zu gehen um die temperatur zu erhöhen um die sitzheizung einzustellen um wetterdaten zu erfragen das funktioniert tatsächlich sehr gut my modes sind im grunde genommen die fahrmodi die ich zum einen über diesen punkt auswählen kann auf der anderen seite aber auch über einen punkt beziehungsweise über die beschriftung hier in der mittelkonsole wenn ich das drücke habe ich drei fahrmodi den personellen oder persönlichen fahrmodus der so eher der komfort modus ist das ist der modus in dem ich die meiste zeit gefahren bin dann gibt es noch den sport modus natürlich sportlicher abgestimmt und efficient und je nachdem also efficient wäre natürlich batteriesparsam und je nachdem was ich ausgewählt habe werden natürlich auch die motor kennung das fahrwerk das lenkrad die klimatisierung und all das was einfluss auf sportlichkeit hat auf komfort aber natürlich auch auf reichweite entsprechend angepasst person personal ist jetzt momentan ausgewählt wenn ich auf sport gehe und das werdet ihr nicht merken sondern das werde nur ich merken vielleicht werdet ihr es hören hat jetzt noch einen vorteil dass zum beispiel auch die sitzwang hier aus den sitzen angepasst werden das heißt wenn ich in sport gehe werden die sitzwang etwas enger gestellt für ein doch sport leeres fahrverhalten und das kann man natürlich auch noch einstellen das heißt wenn ich jetzt sport aktiv habe ich gehe hier in diese einstellung oder weiterführenden einstellungen kann ich sagen antrieb ist sportlich fahrdynamik ist sportlich kann auch nur auf sport plus gehen dann würde noch das esp ausgeschaltet werden die stabilitätskontrolle lenkung sport dämpfung sport und das was ich euch gezeigt habe sportliche lehnbreite kann ein oder ausgeschaltet werden für fahrer aber auch beifahrer finde ich wirklich absolut genial und was ich auch gut finde dass man nicht tausend verschiedene fahrmodi hat sondern tatsächlich nur drei ein effizienz modus einen sportlichen und einen ganz normalen komfort modus finde ich wirklich sehr sehr gut gelungen sitzkomfort beinhaltet natürlich all das was mit dem sitz zu tun hat oder mit den sitzen zu tun hat ich habe euch eben schon gezeigt ihr könnt unter anderem sitzbelüftung und auch sitzheizung einstellen wenn ich jetzt in den sitzkomfort gehe gibt es aber noch viel mehr punkte ich kann hier wieder per touch oder auch hier per eye drive controller verschiedene punkte auswählen die ich bearbeiten kann tippe ich das an und bewege den eye drive controller nach links oder nach rechts kann ich die lordosen stütze verändern gehe ich auf die wang einstellung kann ich die lehn vor oder zurück machen das wäre die lehne das wäre die lehn breite breit oder auch wirklich sehr eng muss ich sagen das wäre für mich schon ein touch zu viel und ich kann hier vorne die sitz tiefe beziehungsweise sitz neigung verstellen indem ich dann hier den eye drive controller nach oben oder nach unten ziehe genauso kann ich das natürlich auch über das touch display hier realisieren nicht nur für den fahrer sondern auch für den beifahrer ganz rechts könnt ihr auch sehen dass es eine massagefunktion gibt das heißt ich kann mich im lendenbereich massieren lassen ist keine ganzkörpermassage mehr sondern nur noch eine lendenmassage abwärts aufwärts lendenaktivierung und auch lenden training das ganze kann ich hier aktivieren und verschiedene massage stufen also intensitäten weniger stark stark oder sehr stark beziehungsweise geschwindigkeiten auswählen das wäre auch darüber möglich auch für fahrer und auch für beifahrer wirklich eine sehr coole funktion und wenn ich wieder ganz nach links gehe auf die sitzklimatisierung befinde ich mich wieder im klimamenü wo ich sagen kann ich möchte die sitzheizung einschalten beziehungsweise auch die sitzkühlung sitzbelüftung einschalten das wäre darüber möglich das heißt hier wird euch wirklich sehr sehr viel geboten live vehicle ist ein punkt den ich am anfang nicht ganz so verstanden habe das ist aber im grunde genommen der bordcomputer wo ihr verschiedene daten abrufen könnt ihr könnt wenn ihr ganz nach links geht in die navigationsleiste auf inhalt könnt ihr sehen dass ich zum beispiel den fahrzeugstatus abrufen kann servicebedarf reifendruckkontrolle check control wenn ich das nochmal anklicken und gehe auf fahrdaten seht ihr die fahrdaten ab werk momentan das wären gesamtlaufzeit fünf tage sieben stunden 26 minuten 24,8 kilowattstunden hat er verbraucht das liegt in diesem bereich den auch bmw angibt absolut in ordnung muss ich sagen diese werte könnt ihr aber auch noch anpassen wir können zum beispiel individual wert anzeigen lassen abladen am 15.2 oder ab fahrtbeginn und ihr könnt natürlich auch diesen individuellen wert wieder zurücksetzen alles selbst erklärend systemeinstellung darauf habe ich eben schon mal oder bin ich eben schon mal ganz kurz darauf gekommen dort könnt ihr unter anderem klang einstellen was ich euch zeigen möchte weil hier auch wirklich das super duper hi fi paket von bowers und wilkins verbaut wurde mit 30 lautsprechern gestiksteuerung aber auch den persönlichen assistenten und genau damit möchte ich anfangen der persönliche assistent ihr habt ein aktivierungswort das heißt im grunde genommen erstmal hallo bmw hallo bmw hat jetzt doch zugesagt obwohl ich das eigentlich geändert habe in hans können das natürlich ändern wenn ihr sagt ihr möchtet ein anderes wort haben was nicht so geläufig ist und wo ihr auch nur möchtet dass eben das fahrzeug nur auf euch hört könnte das natürlich machen ich habe das persönliche aktivierungswort aktiviert ich kann es ändern und ich kann es auch löschen und genau das kann ich hier machen und ihr habt auch eben gesehen dass tatsächlich die menüführung beziehungsweise die umsetzung von der zuverlässigkeit wirklich sehr gut ist bei den wetterdaten hat es etwas gedauert bis die daten aus dem internet abgerufen wurden aber immer noch alles im zuge dessen was absolut akzeptabel ist gehe ich im nächsten punkt auf die gestiksteuerung habe ich wie auch schon beim dreier was ich euch in 2020 gezeigt habe die möglichkeit verschiedene gesten hier auszuführen wovon ihr euch nicht alle zeigen möchte sondern nur ein paar das heißt neben der bedienung vorne lenkrad mittelkonsole und auch sprache können die auch noch mittels gesten lautstärken erhöhen vor und zurück skippen ihr könnt pausieren ich weiß gar nicht was alles damit möglich ist das sind aber im grunde genommen die grundfunktionen die ich mache das heißt wenn ihr ein lied weiter wollte nach rechts wenn ihr ein lied zurückrollt nach links lautstärker höhen drehen beziehungsweise verringern in die entgegengesetzte richtung drehen das funktioniert wirklich super gut muss ich sagen und das ist so eine funktion die ich neben der eye drive bedienung in der mittelkonsole in den letzten wochen immer wieder genutzt habe den letzten punkt den ich euch in den systemeinstellungen zeigen möchte ist klang und ich habe euch das eben gesagt hier ist die bowers und wilkins anlage drin für ich glaube knapp 5000 euro hat 30 lautsprecher acht lautsprecher davon allein in den sitzen beziehungsweise in den kopfstützen und die sitze haben noch shaker beziehungsweise woofer was dann auch 4d erlebnis genannt wird ihr habt hier erstmal die möglichkeit klangprofile auszuwählen klangprofil studio würde bedeuten das hört sich sehr stereo lastig an vieles kommt von vorne sehr basslastig hört sich echt gut an wenn man tatsächlich ja reine musik hören möchte wenn man es etwas räumlicher haben möchte könnte man auf on stage gehen das hört sich auch wirklich fantastisch an und hier gibt es tatsächlich einen surround effekt der so eher an ein kino erinnert würde ich sagen das werde ich euch auch gleich zeigen auch eine sehr schöne funktion aber was ich euch auch gesagt habe ihr habt ein 4d bass erlebnis das heißt wenn ich das aktiviere das kann ich für fahrer und auch beifahrersitz machen wird der sitz auch geshakert das heißt je nachdem wie intensiv das ist bekommt ihr auch ein haptisches feedback eine haptische vibration im sitz was ich so auch noch nicht gesehen habe und ich muss sagen nicht nur dass die anlage sich gut anhört ihr habt unzählige konfigurations und auch personalisierungsmöglichkeiten ob hier höhen bässe die balance fader equalizer lautstärken ausgleich alles mögliche könnt ihr hier einstellen und um euch mal zu zeigen wie sich das anhört aus fahrersicht werde ich mal klang erleben an machen und ich hoffe das kommt so irgendwie ein bisschen rüber weil das hört sich meiner meinung nach schon nach dolby atmos im kino an und wirklich verdammt verdammt gut so so Das war's. Ich glaube, das sollte reichen und ich hoffe, ihr werdet es nicht genauso mitbekommen haben, das ist mir klar, aber ich hoffe, ihr konntet so etwas mitbekommen, wie sich das anhört. Also egal, welches Genre ihr hört, das hört sich hier wirklich phänomenal an, muss ich sagen. Im nächsten Punkt Innenbeleuchtung betrifft aber natürlich auch dort unten den Punkt Außenbeleuchtung, könnt ihr natürlich all das einstellen, was euch visuell angezeigt werden soll. Das heißt, hier gibt es überall LED-Streifen, es gibt eine Außenbeleuchtung mit einer Coming-Home-Funktion, es gibt einen Fernlichtassistenten des BMW Laserlichtes, der Fahrzeuge ausspart, wenn ihr überholt bzw. wenn ihr selbst überholt werdet oder gegen Verkehr kommt. Und im Bereich Innenbeleuchtung könnt ihr eben auch genau das Ambiente-Licht für innen regeln. Von verschiedenen Farben, von Lichtinszenierung, von Lenkradbeleuchtung, von all dem, was euch gefällt. Wobei Lenkradbeleuchtung wirklich immer noch sehr cool ist. Das ist nämlich die Beleuchtung, die hier oben stattfindet. Das heißt, dort wird euch angezeigt zum Beispiel, wenn ihr auch die Hände wieder ans Lenkrad nehmen sollt, was ich wirklich sehr gut finde, weil wenn man fährt, befindet sich das tatsächlich noch im peripheren Sichtbereich. Lenkradbeleuchtung ist wirklich sehr gut umgesetzt worden bei BMW bzw. immer die Hinweistöne, wenn man sich im Assisted Driving befindet, um die Hände wieder ans Lenkrad zu nehmen. Das wäre eben die Innenbeleuchtung. Klimakomfort hatten wir schon. Display ist all das, was hier das Zentraldisplay oder auch das Instrumentendisplay betrifft und auch Head-up-Display. Was ich in dieser Art und Weise tatsächlich in dieser Güte, muss ich sagen, und in diesem Funktionsumfang und der Darstellungsqualität auch noch nicht gesehen habe. Das ist wirklich phänomenal, muss ich sagen. Und jetzt könnte man sagen, okay, für 100.000, 120.000 Euro darf man das auch erwarten. Es gibt aber auch Hersteller, die auch so viel kosten, allerdings ein deutlich schlechteres Head-up-Display haben. Das ist wirklich super gut. Hier kann man einstellen, was man sehen möchte, wie hoch das sein soll, was angezeigt werden soll, ob eine Rotation stattfinden soll, die Größe, die kleine. Alles Mögliche könnt ihr dort einstellen. Das ist wirklich phänomenal, muss ich sagen. Das sieht wirklich richtig gut aus. Was es in Türen und Fenstern gibt, da gibt es natürlich Fähr- und Endregelungen. Da gibt es auch einen Komfortzugang. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel dem Fahrzeug mit dem Schlüssel näher, wird es aufgeschlossen, gehe ich weg, wird es wieder abgeschlossen. Auch eine sehr schöne Funktion. Muss nicht immer sinnvoll sein, muss ich auch dazu sagen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel was vergessen habt, springt irgendwie nochmal ins Haus rein und wollt was holen, dann wird es wieder abgeschlossen. Macht für mich keinen Sinn, ist aber trotzdem gut. Digital Key gibt es. Das ist ja dieser Key, der auf dem Smartphone hinterlegt ist, um das Fahrzeug zu öffnen. Das werde ich euch unten nochmals in der Videobeschreibung verlinken, weil ich da schon ein Video vor zwei Jahren so gemacht habe. Funktioniert auch super gut. Hat damals nur mit iOS funktioniert. Ich weiß nicht, ob das auch mit Android funktioniert. Was ich euch hier noch zeigen möchte, Heckklappe. Ist natürlich voll elektrisch. Was ihr hier einstellen könnt, ist aber auch die Öffnungshöhe. Das Fahrzeug ist so 1,70 Meter ungefähr hoch. Gibt natürlich auch Garagen, Tiefgaragen, die niedriger sind, wo man die Heckklappe nicht ganz aufschwenken lassen möchte. Und dann könnt ihr entsprechend eben auch die Höhe hier über dieses Menü justieren. Finde ich sehr gut. Könnt ihr mit dem Fuß öffnen, mit dem Fuß schließen. Das sind alles so Sachen, das ist absoluter Komfort, muss ich sagen. Fahreinstellungen betrifft alles, was mit Fahrzeug zu tun hat, mit Tempomat, mit Parkfunktionen zu tun hat, mit Geschwindigkeitsüberschreitung, Verkehrszeichenerkennung. Werde ich euch aber auch alles im zweiten Video zeigen. Außenbeleuchtung habe ich eben schon gesagt. Hier ist das BMW Laserlicht verbaut. Es gibt eine Fahrlichtautomatik. Das heißt, automatisch werden bestimmte Bereiche ausgespart bzw. aufgeblendet, wenn Gegenverkehr kommt bzw. wenn ihr überholt werdet. Auch eine super Funktion. Und last but not least in diesem Menübereich die Parkenfunktion, die im Grunde genommen hier nochmals die Kameras abbildet. Ihr habt auch die Möglichkeit, auf eine 3D-Ansicht zu wechseln. Jetzt muss ich mal schauen. Und zwar dort oben. Und auch diese 3D-Ansicht ist nicht bei jedem Hersteller so gut wie bei BMW, muss ich sagen. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt auf diese Kamera gehe, könnt ihr sehen, dass dort hinten im Bild dieser kleine Strauch, der sehr wahrscheinlich auch auf dieser Kamera dort zu sehen ist, wackelt. Das ist phänomenal. Also hier gibt es wirklich Details, die extrem gut aussehen, muss ich echt sagen. Und ihr könnt natürlich hier aus verschiedenen Perspektiven euch das Fahrzeug anzeigen lassen. Das funktioniert tatsächlich extrem gut, muss ich sagen. Was auch cool ist, ist die Kamerareinigung. Das heißt, ihr könnt die Kameras vorne und hinten reinigen lassen. Ihr habt gerade gesehen, am Flackern des Bildes, dass vorne und hinten die Kameras gereinigt wurden. Und wenn ich dann wieder da rausgehe, könnt ihr hier noch so ein, zwei Wassertropfen sehen, die eben durch die Kamerareinigung jetzt entstanden sind. Wirklich eine sehr gute Funktion. Vor allem bei trübem Wetter, bei schlechten Lichtbedingungen oder bei schlechtem Wetter ist das doch durchaus sinnvoll. Ich möchte euch jetzt nochmal zwei, drei Punkte zeigen. Und zwar gehe ich dazu auf alle Apps. Und da gibt es zwei Punkte, die ich extrem gut finde. Den einen cool, den anderen gut, Innenraum. Kamera, Innenraum. Das heißt, hier gibt es eine Innenraumkamera. Und zwar genau dort. Wenn die App geladen wurde, könnt ihr dort meinen Finger sehen. Wenn ich runtergehe, könnt ihr ein Bild auslösen. Wofür das gut ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ob das jetzt Spaß ist oder warum das ist. Ihr könnt Serienaufnahmen, Selbstauslöser machen. Bildet im Grunde genommen den ganzen Kamera oder den ganzen Fahrzeuginnenraum wieder. Finde ich sehr cool. Was Kameras betrifft, ist aber auch der Drive-Recorder. Der Drive-Recorder ist im Grunde genommen sowas wie eine Dashcam. Allerdings nicht nur vorne, sondern auch hinten und an den Seiten. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Unfall passiert, wird 20 Sekunden vor dem Unfall und 20 Sekunden nach dem Unfall wird aufgezeichnet. Und das wird euch, das möchte ich nicht, das wird euch dargestellt. Und dazu gab es bereits eine Aufnahme, beziehungsweise habe ich natürlich auch selbst welche angefertigt, die ihr dann abrufen könnt. Und dort könnt ihr nicht nur vorne die Kamera anzeigen, rechts, hinten, sondern auch links anzeigen lassen. Das heißt, ihr könnt im Grunde genommen auch eine Art Beweissicherung vornehmen, wer Schuld am Unfall hat. Wenn ihr natürlich schuld seid, ist das vielleicht etwas doof. Aber wenn ihr nicht schuld seid, können die auch diese Daten exportieren auf einen USB-Stick. Und so zum Beispiel als Beweismittel anführen. Finde ich eine sehr schöne Funktion. Nun ist es nicht unbedingt etwas Neues, aber trotzdem sehr, sehr schön. Und ihr habt auch die Möglichkeit, manuell Aufnahmen zu starten, beziehungsweise es werden sogar Aufnahmen gestartet. Ich muss mal gucken, ob ich das hier in dem Menü finde. Wenn das Fahrzeug geklaut wird, soviel ich weiß, dort bei Diebstahl, Aufnahmedauer startet bei Auslösung der Diebstahl-Warnanlage und dem Fahrzeug gespeichert. Das können bis zu achten Aufnahmen gespeichert werden. Das ist klasse, oder? Wahnsinn. Und genau das ist super gut. Gut, Datenzugriff über die MyBMW-App. Das war meines Wissens vor zwei Jahren auch noch nicht möglich, beziehungsweise manuell auch über USB. Das heißt, ihr haut einen USB-Stick hier rein und könnt diese Aufnahmen dann überspielen. Wirklich eine sehr gute Funktion. Das Letzte, was ich euch zeigen möchte, ist nochmal Apple CarPlay. Ich bin mit dem Fahrzeug verbunden. Ich habe hier natürlich meine klassische Apple CarPlay-Ansicht, wobei ich auch sagen muss, dass das aufgrund der Größe des Displays etwas gezogen aussieht, meiner Meinung nach aber überhaupt nichts macht. Weil der Rest von dem Display oder von dem, was das Multimedia und auch Navigationssystem hier bietet, so extrem gut ist, dass mich das irgendwie nicht interessiert. Damit bin ich am Ende mit meinem ersten Video über das Multimedia und auch Navigationssystem iDrive 8 im BMW iX XDrive 50 und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Es würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr Like oder auch Kommentar hinterlasst und natürlich auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Vor allem auch bei meinem Assisted Driving Video, beziehungsweise bei meinem Video über Fahrbericht, Reichweitencheck, Alltagstauglichkeit zu diesem verdammt genialen Elektroauto. Bis dahin, macht's gut und ciao.